Das würde mich interessieren, warum hier die Mama die Weihnachtsgeschenke versteckt hat. Irgendwo, da ist das, was hat sie denn da? Einpreis, Geschenkgutscheine. Personalisiert hat sich den Preis wieder etwas sinnvoll gemacht. Das mache ich jetzt auch für meine MitarbeiterInnen hauptsächlich. Dann schreibe ich eine Bauernregel ein. Wenn der Bauer zum Inkaufen hat keine Zeit, die Beierin sich über einen Gutschein gefreut. Na, den nehmen wir jetzt aber mit.